Heitere Gedanken, der Cannabis-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Heitere Gedanken Podcasts. Mein Name ist Dominik und ich werde heute ein bisschen mit euch über den Eigenanbau sprechen. Matthias ist leider krank, deswegen lasst in den Kommentaren gerne ein paar Genesungswünsche da. Er wird sich sicherlich freuen. Deswegen müsst ihr heute ein bisschen mit mir Vorlieb nehmen, aber ich hoffe, das ist in Ordnung. Es gibt eine kleine Neuigkeit, die die EU betrifft, aber uns jetzt direkt nicht, aber vielleicht ist das ja auch ein kleiner Denkanstoß für unsere Politik. Denn die Justizkommission der Römer Abgeordnetenkammer in Italien hat grünes Licht gegeben für ein neues Gesetz, das den Anbau von maximal vier Handpflanzen zum Eigenkonsum künftig erlauben soll. Also die Italiener sind einen Schritt näher an der Legalisierung als wir. Da ist ja schon 2019 von einem Gericht beschlossen worden, dass Cannabis mit geringen Mengen THC zum Eigenanbau angebaut werden darf. Zwar nur unter rudimentären Mitteln, das heißt es darf keine große Anlage sein, sondern im besten Fall draußen unterm Sonnenlicht. Gleichzeitig sollen jetzt auch die Strafen für den Handeln mit leichten Drogen deutlich gesenkt werden von bisher zwei bis sechs Jahren Gefängnis auf maximal ein Jahr Freiheitsentzug. In Italien ist das ähnlich wie bei uns. Sehr viele Insassen im Gefängnis sind Cannabis-Delikte oder teilweise sogar so geringe Mengen, wo in anderen Ländern die Strafverfahren eingestellt werden. Wenn man zum Beispiel mit fünf Gramm früher erwischt worden ist, ist man ins Gefängnis gegangen für mehrere Jahre und die haben jetzt halt auch eingesehen, dass das keinen Sinn macht, dass sich trotzdem jeder seinen Joint holt und trotzdem jeder kifft. Und gerade Italien hat mit einer der höchsten Kifferdichten in Europa beim Pro-Kopf-Konsum liegen sie nämlich laut der Zahlen der EU-Drogenaufsichtsbehörde an zweiter Stelle hinter Dänemark. Also die Repression hat auch hier nichts gebracht und das haben die Italiener jetzt begriffen und deswegen haben sie jetzt halt grünes Licht für das neue Gesetz gegeben, dass es künftig auch erlaubt sein soll, Cannabis zu Hause selbst anzubauen für den Eigenbedarf. Grund ein bisschen drüber zu philosophieren oder nachzudenken, wie das denn wäre bei uns. Viele von euch wissen ja wahrscheinlich auch, dass ich so ein bisschen Gärtner-Erfahrung habe und ja auch sehr viel Gemüse selber anbaue und das ja auch bei Instagram ein bisschen zeige und deswegen finde ich das Thema Eigenanbau auch ziemlich interessant. Und gerade als Cannabis-Medizinpatient, der Selbstzahler ist, bin ich ja sehr, sehr großen Kosten ausgesetzt und wenn ich überlege, dass ich die Hanfpflanze zu Hause anbauen könnte, meine eigene Medizin und ich glaube, dass ich auch sicherstellen könnte, dass das eine ziemlich gute Qualität ist, da könnte ich schon einiges an Geld sparen jeden Monat. Also das hätte schon Vorteile. Klar ist es jetzt nicht für jeden vielleicht so einfach, eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten und das ist dann ein bisschen schwierig und ich kann auch nachvollziehen, dass es für manche deutsche Politiker oder dass es für manche Menschen in Deutschland halt schwierig ist, einen Cannabis-Anbau zu Hause zuzulassen, weil sie so viel Angst vor Jugendschutz haben, dass die Kinder das zu Hause mitbekommen oder so. Aber ich frage mich dann immer, man darf zu Hause Tabak anbauen, man darf zu Hause sein eigenes Bier brauen, man darf seinen eigenen Schnaps ansetzen, alles irgendwie ein bisschen schlimmer, oder? Also, naja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht, ob das auch eher bedenklich ist oder ob ihr denkt, Cannabis-Anbau zu Hause sollte genauso erlaubt sein wie der Tabak-Anbau, der Schlafmohn-Anbau, das Bier brauen, halt zu geringen Mengen. Und von mir aus auch unter rudimentären Mitteln, ich wäre natürlich gerne für eine vernünftige Qualität und das würde ich dann doch gerne indoor machen, damit meine Medizin halt wirklich gleichbleibende Qualität hat und ich wirklich reproduzierbare Produkte herstellen kann. Und ich glaube, dass das nicht so gut möglich mit rudimentären Mitteln ist, aber das ist immerhin ein erster Schritt in die richtige Richtung, da kann man dann ja immer noch dran ansetzen und noch ein bisschen weiter verhandeln und das noch ein bisschen ausbauen. Ich glaube eigentlich, dass das eine sehr gute Sache wäre und viele Menschen davon profitieren könnten, die einen Bezug auch zu dieser Pflanze haben. Es gibt ja zum Beispiel auch welche, die vielleicht nur gelegentlich mal ein, zweimal im Monat kiffen und trotzdem super gerne gärtnern, dann können die sich halt eine Pflanze anbauen, dann haben die genug für den Bedarf. Das ist halt so eine Sache, die ich eigentlich ganz gut finde. Natürlich könnte man halt auch sagen, dass man das jetzt über Social Clubs regelt, das ist auch ein sehr, sehr nettes Konzept. Ich finde beide Möglichkeiten eigentlich ganz gut, der Eigenanbau würde mir ein bisschen besser gefallen, weil ich dann auch ein bisschen flexibler bin und das zu Hause machen kann und nicht extra irgendwo hinfahren muss. Aber ich würde wohl auch in einem Social Club anbauen, also wenn ich die Möglichkeit dazu bekommen würde, dass ich dann da irgendwie groan könnte. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Lieber Eigenanbau, lieber Social Club, was meint ihr und was vor allen Dingen denkt ihr, was in der nächsten Wahlperiode passiert, beziehungsweise wenn eine Legalisierung oder Entkriminalisierung beschlossen wird, was denkt ihr, wie die aussehen wird? Werden wir direkt eine vernünftige Legalisierung bekommen? Werden wir erst Modellprojekte bekommen? Also ganz kleinen Schritt machen? Wird erstmal nur entkriminalisiert? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Ach und bevor ich es vergesse, Montag, also morgen, kommt der nächste Kanalog raus. Diesmal mit der FDP, Dr. Wilhelm Schinnenburg war bei uns zu Gast und dem haben wir ja natürlich auch eure Fragen gestellt. Wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall den Kanalog YouTube-Kanal, der ist auch wieder unter der Folge hier verlinkt. Beim Kanalog reden wir tatsächlich auch ein bisschen über den Eigenanbau, von daher könnte es vielleicht ganz interessant sein. Ihr könnt da dann bestimmt auch nochmal in den Kommentaren ein bisschen Diskussionen anregen und wir würden uns auf jeden Fall freuen, mit euch dort in Kontakt zu treten. Ich hoffe, die kleine Folge zum Eigenanbau hat euch gefallen. Es sind auf jeden Fall interessante Nachrichten, die wir da gehört haben aus Italien. Man merkt langsam, dass in Europa Land für Land langsam liberalere Drogenpolitik bzw. Cannabis-Politik auffährt und wir ganz langsam auf dem Weg dazu sind, endlich einer Legalisierung näher zu kommen. Und hoffentlich wird das bei uns auch nicht mehr allzu lange dauern. Mal schauen, was die nächste Wahl bringt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend. Macht's gut und bleibt schön heiter. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schaut auf unserer Homepage vorbei heitere-gedanken.de Wir bieten Fairtrade, Cannabis-inspirierte Textilien an, Glasaufbewahrung für eure Kräuter und ihr findet auf unserer Homepage auch ein 20% Rabattcode für Terpens. Folgt uns auch auf Instagram und YouTube, um nichts zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.